Musik Die Frage, die meistens dann erstens bestellt wird, wann beginnt eigentlich der ganze Tidenrausch? Also der Tidenrausch beginnt jetzt, sozusagen heute, jetzt mit diesem Briefing. Der fängt jetzt an, also sprich alles, was ab jetzt geschieht, ist Teil des Kurses und Teil der Prüfung. Wir haben hier mehrere Ausbilder und wir haben mehrere Assistenten, die vielleicht schon in Teilnehmerliste bekommen haben, hat seitlich in verschiedene Gruppen eingeteilt. Musik Das Watt steigt ja zum Land, steigt das ja auch relativ langsam an. Und dann ist alles flach, also da hast du bloß so viel Wasser und auch auf einmal hast du da eine riesige Wasserfläche wieder. Musik 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 Was gibt's bei dir heute, Patrick? Ja, bei mir gibt's Spaghetti Bolognese. Bei mir gibt's heute Risibisi mit Hirschgulasch. Dass wir Technikübungen hier im Rettungsschuppen machen. Und zwar einfach auf dem Trockenen. Das geht nicht, das mag ich nicht. Doch, das geht. Ich hätte mit ihr ganz gerne Rolle geredet. Ach so, Rolle, okay, Rolle, Rolle. Sollte man in Wasser machen, das stimmt. Musik Musik Es wird nass. Hohe Welle und ordentlich Wind. Aber es macht Spaß. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Es hat viel Spaß gemacht, euch zu sehen. Vielen, vielen Dank für die Helfer. Heute zählt es noch mal. Seid gut vorbereitet. Er scheint. Ja! Es hat sich wieder mal eine tolle Gemeinschaft herausgebildet. Und wir sehen das eigentlich so als Bestätigung, dass das Konzept des Tietenrausches eigentlich was ganz besonders Tolles ist. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017